ja hallo und ein ganz herzliches willkommen zu einem brandneuen video hier auf diesem kanal schön dass du da bist ja gestern am karfreitag ist eine neue lackierung erschienen und zwar für den französischen autorail x7 3500 gibt es jetzt einen repaint als db baureihe 641 mit deutschem führerstand natürlich von red traction baureihe 648 das ganze ist erschienen von jo trainfreak grüße gehen raus und vielen herzlichen dank dafür ja was sie natürlich benötigt ist natürlich den autorail x7 3500 gibt es im französischen forum müsste natürlich auch euch registrieren aber keine angst da passiert euch nichts ich bin da auch registriert also könnt euch das problemlos runterladen und was er natürlich benötigt ist halt das payway addon die baureihe 648 von red traction ja das ganze bei diesem repaint bzw fahrzeugpaket sagen wir es jetzt einfach mal so habt ihr einen deutschen führerstand natürlich der 648 arbeiten sympathischen führerstand plus ihr habt einen sound von 648 was jetzt nicht so schlimm ist wie ich jetzt finde gut ich weiß jetzt nicht wie das sound in der realität ist ich meine ich habe den mal gesehen in erfurt bin mir jetzt aber auch nicht so sicher aber auch von den bildern her kenne ich das und ja da auf jeden fall ein ganz großes dankeschön an jo trainfreak für dieses hammer paket was er am karfreitag herausgebracht hat vielen dank noch mal so ja was gibt es noch zu sagen eigentlich nicht viel wir werden heute eine führerstands mitfahrt machen wir haben hier verschiedene versionen wir werden natürlich jetzt nur eine version fahren und zwar gibt es hier die hochrheinbahn version dann haben wir die regio main saale express db region neutral und db regio bewegt dazu gibt es ebenfalls noch verschiedene details bei den verschiedenen versionen der ersten zweiten klasse piktogramme wagen nummern beheimatung fahrrad piktogramm rollstuhl piktogramm etc also richtig sehr sympathisch finde ich also geiles ding kann man echt nicht meckern und wie gesagt ihr braucht halt das französische fahrzeug weil sonst habt ihr ja dann habt ihr quasi ein fahrzeug wo missing textur oder so drauf steht also ihr benötigt es schon und also ich finde es sehr sympathisch kannst echt nicht meckern da noch mal ein großes großes dankeschön für diese hammerarbeit muss man auch noch mal sagen so wir werden heute mal mit der bewegt variante fahren und dazu werden wir auf der strecke es bahnbad altbock fahren die es 4 und die es 55 allerdings nicht im tunnel sondern außerhalb denn wir fahren quasi ein abschnitt in simba letztes auch gefahren nur fahren wir jetzt quasi in den teil zurück und zwar von nach dem borkaufbahnhof nach zielitz da kommen alte da kommt heimatgefühl wieder hoch und ja ach komm wir machen doppeltraktion muss man die kupplung anschauen und dann fahren wir als solo weiter um halt mal von dort ab zu kuppeln können wir auch machen ja das ganze fahren wir im sommer bewölkt und ich würde sagen ab die olga wie gesagt link dazu findet ihr zum fahrzeug also beziehungsweise diesen cool paint findet ihr natürlich in der video beschreibung und wir sitzen auch gleich im führerstand drin und da ist mir auch gleich was aufgefallen führerstand sieht deutlich anders aus als der vom 6 48er und das gefällt mir sogar ich weiß nicht worauf er gefällt mir hier irgendwie so ziemlich besser gut in echt ist der linden das mit dem dunkelblauen aber gefällt mir was natürlich auch auffällt ist natürlich wir haben hier so ein kleines heftchen auch ein schönes detail finde ich cool gemacht ja ich weiß jetzt also also ich kann es nicht entziffern aber es ist ein schönes detail kann man nicht meckern und natürlich man kennt führerstand von einer 648 nur das hat ein bisschen hier die textur ein bisschen anders aussehen als sonst aber finde ich sympathisch so jetzt gucken wir uns das ganze mal von außen an weil wir erst mal den motor ausmachen das ist ja auch immer so ein bug so ja eigentlich nicht ein bug der ist eigentlich aufgerüstet fertig so wir haben natürlich das bewegt logo genommen denn hier haben wir auch diese piktogramme mit mit dem rollstuhl hier noch mal schön wir haben sogar wlan im zug richtig luxus glaube aber über uns nicht videokammer überwacht rauchen verboten ist natürlich klar und mit fahrt nur mit gültiger fahrkarte wer kennt es nicht so schauen wir uns mal ein bisschen weiter um dann haben wir hier ein piktogramm fahrrad mit name begrenzt auch sehr schön gemacht auch hier nochmal fahrrad mit name und kinderwagen und natürlich rauchen verboten so hier ist eigentlich eine matrix glaube aber die ist nicht dabei wie gesagt es ist auch nicht so schlimm ich weiß auch gar nicht ob die in der realität hier auch vorne eine matrix hat eigentlich schon aber wie gesagt ich habe das fahrzeug glaube nur einmal gesehen und sonst nur von bildern her habe ich habe auch nicht wirklich darauf geachtet ja hier sieht man übrigens ich würde jetzt sagen mal das original stück der französischen lotte ja ich würde damit nicht klarkommen sagen wir es mal so ja und hier natürlich hier die doppeltraktion auch sehr schön ne ist ein ganz cooles ding also dann nochmal ein großes großes dankeschön für dieses hammer update beziehungsweise für dieses hammer repaint pack hier also respekt vielen herzlichen dank glaubt der jo train freak ist ja sowieso allgemein so eine richtig geile socke ne der hat ja auch schon für die intercity 2 ne so eine 146.5 rausgebracht oder auch ein 3 für intercity 2 ne natürlich nur auf basis der 185 aber sehr sympathisch ne kannst du nur 140 fahren aber hast du richtig geil gemacht oder jetzt vor kurzem die 146.2 ne die niklas lindner lot kann niklas lindner lot kannst du in den schmutz schmeißen und der jo train freak hat ein richtig geiles ding rausgebracht also da nochmal ein großes dankeschön vor allem auch für die arbeit ne respekt respekt okay wir werden jetzt mal hinten den teil abkuppeln wie gesagt wir lassen einen teil hier stellen uns einfach vor der teil fährt einfach weiter nach der fährt einfach richtung karts so kuppeln wir mal ab was natürlich nicht funktioniert ja das sind halt dinge ist wurscht wenn ich vor der taubbetraktion ist auch nicht schlimm ne dann nehmen wir es einfach mit wegen kupplungsproblem so motor an federspeicherbremse lösen so und wie gesagt wir fahren kann man nicht lösen kann man nicht entkuppeln ich weiß nicht ob das überhaupt vorgesehen war ob man das bei dem fahrzeug also das französische fahrzeug überhaupt entkuppeln konnte aber hier funktioniert es nicht oder ich bin einfach zu doof dafür aber ist jetzt auch wurscht aber das ist schon ein geiles monstrum ne es ist natürlich ein komisches fahrzeug ja natürlich aber mir gefällt es so lichter funktionieren natürlich auch wie man hier schön sehen kann ne also astrein auch hier hinten funktioniert ne ja gut dann mache ich mal die pzp an tun einfach so als würden wir die pzp an machen so kasten wieder zu und die sie fahren natürlich auch noch an und ja heute wieder eine führerstandsmittfahrt wir fahren heute von nachterbock hoppernhof nach zielitz über nachterbock neustadt und ja wir fahren sagen wir mal so eine art express also das heißt wir halten in nachterbock neustadt und dann fahren wir durch da auf der strecke noch bauarbeiten sind am bahnsteig und so und ich hoffe es ist okay für die jahren dass wir dort lang fahren weil schnelles spiel und da lagen keine gleise da liegen gleise oder und wir enden den zielitz auf gleis 1 ich wollte eigentlich mal gerne auf gleis 4 enden aber naja das schnelle spiel ließ sich so nicht einstellen ist aber nicht schlimm ne wir fahren quasi mal eine testfahrt heute so gut dann würde ich sagen können wir nochmal von oben gucken auch richtig cool aus ne fabelhaft ne das gefällt mir das gefällt mir ne so ok dann würde ich sagen schließen wir die türen moment damit ihr nochmal seht wie sie auf und zu gehen perfekt wenn man die tastenkombination ich weiß jetzt dachte ich habe schon die türen kaputt gemacht ach nee so äh scheibenwischer geht natürlich von außen nicht ne weil wie gesagt es ist ein komplett anderer führerstand ne also aber das ist ja nicht so schlimm ne aber ich finde es trotzdem cool ne dass man sich da ran gesetzt hat und sagt wir machen jetzt hier den deutschen führerstand raus weil das fahrzeug ja auch in deutschland rumfährt finde ich klasse ja also Hut ab also ich könnte sowas gar nicht und kann einfach nur sagen Dankeschön für diese wunderschöne Arbeit hier das gefällt mir ne kann man auch schöne Szenarien fahren finde ich ne gut dann würde ich sagen fahren wir mal ab Serviceblick geht natürlich auch können hier raus gucken ja ist ja auch so ein Ding hier ne und ja wie immer hatte ich ja bei der Führerstandsmittfahrt meine Klappe und ihr genießt die Fahrt mit der Bauregel 641 und genießt ein bisschen die Strecke Download zur Strecke gibt es ebenfalls in der Videobeschreibung in diesem Sinne hören wir uns nochmal am Ende und wie gesagt wenn euch das Video noch gefällt würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen und ja in diesem Sinne jetzt jetzt halte ich auch mal wirklich meine Klappe und wir fahren jetzt mal los also viel Spaß was Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im auDR WDR mediagroup GmbH im auDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR知W Untertitelung des ZDF, 2020 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 naja egal ja ich wollte noch was anmerken wegen der türstörung ihr könnt zwar die türen manuell im führerstand bedienen ihr müsst auch die türen geschlossen haben also der schalter muss schon geschlossen sein damit die abfahrt abfahren können sonst wäre ja die federspeicherbremse drin also die handbremse aber das lässt sich nicht natürlich von außen manuell steuern da muss müsst ihr schon die taste t drücken damit von außen auch die türen aufgehen aber ich denke mal dass das kein problem ansonsten wirklich ein sehr schönes fahrzeug ein sehr schönes repaint vielen herzlichen dank noch mal an new trainfreak für diese klasse arbeit lässt sich gut in szenarien einbauen oder auch selber als fahrt bestimmt ein paar schöne aufgaben die man machen könnte und ja auf jeden fall danke noch mal und frohe ostern und ja ich hoffe euch hat das video gefallen ich würde mich selber eine bewertung freuen und ja ich hätte abbremsen müssen vor dem bü kurz vor eintritt wolmerstedt und ausfahrt wolmerstedt ich hätte habe leider vergessen dass da noch der bü fehlte aber ihr dürft auch nicht vergessen das ist wie gesagt eine beta strecke und in der beta dürfen solche dinge auch vorfallen das ist ganz wichtig und außerdem ist es eine frühwehr strecke und da kann man auch sehr dankbar sein finde ich ja wie gesagt ich hoffe euch hat das video gefallen ich würde mich sehr über eine bewertung freuen und link wie gesagt zu diesen wunderschönen repaint pack von new trainfreak findet ihr in der video beschreibung sowie auch zur strecke von team easy s-bahnbad eidbock s4 und s55 ich wünsche euch allen noch einen fantastischen samstag jetzt momentan oder gleich ab 18 uhr sei also ab 19 uhr wenn ihr das video pünktlich ab 18 uhr geguckt habt gibt es ein live stream bei maverick lass doch mal dort schöne grüße dort und ja ansonsten sehen wir uns morgen zu ostersonntag zu einem neuen video wieder und vielleicht auch zu ostermontag in diesem sinne vielen dank fürs dabei sein euch allen noch einen schönen ostern osterwochenende ostern ja geht schön auf ostereier suche was auch immer und in diesem sinne auf wiedersehen tschüss bis zum nächsten mal